Mit dieser Sitzung endet mein Auftrag. Ich bitte Sie zurückzuschauen und Bilanz zu ziehen. Was haben Sie erlebt? Was möchten Sie ändern? Heute fühlt man sich bei Switcher besser. Früher gab es Spannungen. Oft war es gar nicht einfach. Sogar hier in diesem Büro. Die Dinge wurden nicht offen gesagt oder nur hinten rum. Heute gibt es das nicht mehr. Es gibt persönliche Barrieren, aber auch solche, die auf der Unternehmenskultur beruhen. Heute setzen sich die Leute leichter darüber hinweg. Sie sind jetzt in der Lage, professioneller zu sein und nicht einfach nur Angestellte. Der Zusammenhalt ist stärker. Die Gemeinschaft ist besser als vor einem Jahr. Ich denke nicht, dass die Leute vorher nicht solidarisch waren, aber die Teams waren gespalten, paradoxerweise. Die Teammitglieder sind heute solidarischer. Die Neu-Eingetretenen haben sofort ihren Platz in der Gruppe gefunden und können die Herausforderungen für 2015 anpacken. Ich denke, dass in den Büros die richtigen Leute an der richtigen Stelle sitzen. Sie sind motiviert, setzen sich Ziele, sind sichtbar. Wenn ich mit Roma sprechen will, ist er da. Wenn ich mit Guillaume sprechen will, ist er da. Ich schicke jetzt viel weniger E-Mails. Es zeigt sich, dass man mit weniger Personen besser arbeitet. Jetzt arbeiten wir zusammen. Wir sprechen mehr, tauschen uns aus und machen schneller vorwärts. Es sind neue zu uns gestoßen. Andere sind gegangen. Das kann destabilisierend sein. Es ist ein Risiko für das Unternehmen. Das Produktdepartement hat ein Tsunami, ein Taifun erlebt. Natürlich ist das alles nicht einfach, aber wir stehen vor grossen Herausforderungen. Die Veränderungen waren nötig. Am Anfang war ich skeptisch. Ich merke, dass meine Beziehungen zum Marketing viel einfacher geworden sind. Jetzt sehe ich Ergebnisse. Mehr direkte Kommunikation. Vereinfachen im positiven Sinn. Es geht um das Wesentliche. Wir kümmern uns jetzt gemeinsam um das Wesentliche. An der ersten gemeinsamen Sitzung fand ich eine Gruppe von Personen vor, die sich zurückgezogen nicht äußerten. Sie waren nicht gewöhnt, einen Standpunkt, ein Problem zu teilen. Für Switcher lief das Vorgehen nicht ganz wie vorgesehen ab. Aber die Ergebnisse sind verblüffend. An der zweiten Sitzung kam der Prozess in Gang. Die Teams stürzten sich auf die Flipcharts. Heute haben wir ein eingespieltes Team, das fest zusammenhält. Ständig im Austausch. Eine interne Begleitstruktur wurde eingesetzt, um Treffen zu organisieren und Projekte zu koordinieren. Dies ist enorm wertvoll für ein Unternehmen, das auf dem Markt dynamisch und reaktiv agieren muss. Wie wäre es für Sie ohne diese Begleitstruktur gewesen? Angesichts der Umstände, in denen ich arbeite, hätte ich das Unternehmen in wenigen Monaten verlassen. Es war unmöglich. Es gab keine Struktur. Ich hatte keine klare Rolle. Ein Jahr interne Krise, ein Jahr konjunkturelle Krise. Aber trotzdem fast keine Absenzen, fast keine Krankmeldungen. Also ein Wohlbefinden trotz schwierigen Umfelds. Heute ist Switcher ein Unternehmen, das Absatz macht. Veränderungen gab es bei den Berufen und der Logistik. Die grösste strukturelle Veränderung bei Switcher in den letzten 30 Jahren. Sich in Frage stellen. Die Manager direkt an der Tätigkeit und den Entscheidungen des Unternehmens beteiligen. Das hat eine spezielle Motivation und echtes Interesse am Unternehmen hervorgebracht, die stärker waren als der Absentismus. Der Stellenwert hat sich geändert. Ich fühlte intuitiv eine Art Solidarität, dass die Spannung in den Griff bekommen wurde. Das war gut. Wir konnten konkrete Management-Tools einsetzen. Die Manager sind jetzt näher an meinen Vorstellungen. Dank der Tools bewältigen sie ihre Arbeit besser, also dank dem Impuls der Vaudoirs. Damit ist die Vaudoirs nicht nur Versicherer, sondern auch Partner. Dies ist ein hervorragendes Beispiel, ein Vorbild für alle KMU. Der Versicherer stellt im Allgemeinen einen Sachverhalt fest. Er macht eine Diagnose, aber er setzt sich nicht mit den Ursachen auseinander. Hier macht er das in einem Umfeld, wo er sich auf das Fachwissen eines Partners stützen kann. Wir hätten diese Arbeit ohne ISMAT allein nicht durchführen können, denn sie ist repetitiv, intuitiv. Aber mit der ISMAT-Methode werden die gemeinsamen Kompetenzen berücksichtigt. Man arbeitet in Gruppen, ohne einen Berater. Ohne den Blick von aussen ist es schwierig. Die Entwicklung der gemeinsamen Kompetenzen ist wichtig. Sie ermöglicht Switcher, neue Techniken und neues Know-how einzuführen, die dem Markt zugutekommen. Das ist der Schritt, vor dem die Geschäftsleitung von Switcher jetzt steht. Wir hoffen wirklich, dass die Darstellung dieses Prozesses andere Unternehmen anspornt, es gleich zu tun. Denn wir sind überzeugt, dass die Ergebnisse vielversprechend sind und das soziale Klima entscheidend verbessern können.